Schönen wir deinen ins Haus, was ist das? Komm nicht raus, komm der Mann, lenkt den Spitz ganz kurz an. Er läuft langsam ins Licht und man sieht's nicht zurecht, aber jetzt, er hat Lippgloss im Gesicht. Das ist Lippgloss, schau genau, das ist Lippgloss. Oh, 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 oh. Hörst du eine Gitarre? Nein, es hat keine Gitarre. Wir sind halt so ein Schlingel, rosenrote Bälle. Bei uns im Zauberstudio hat's sogar das Kugel. Die hat der Wohlenfäustchen, was macht das Cello da? Schau doch nicht so selten, ich komm grad vom Solarjohn. Von Japani, der rot ist, schön, wie sie da. Wir haben die grössten Kugel, super Zauberkugel. Röck doch mir die Kugel, wenn jemand so lagst du.